Ah, da sind noch Ballgegner. Alter, da muss ich jetzt Massenverwirrung machen. Naja, jetzt ist es nicht mehr ausgesetzt. Die halten ja nichts raus, die sind zu wenig. Ich glaube, wir sind richtig. Level Up! Ja, stimmt. Vier sind's. Vier Balken, oder was man's? Ja. Nein, nein, ich will doch nicht sein. Ja, ich will lieber einer, bevor du dann draußen hinabbleibst. Ja. Ich bin eh mit da. Okay, diesmal habe ich wenigstens Playschnitte nicht direkt aus. Also. Oh. Wow. Ich reite durch die Flammen. Massenverwirrung. Fuck, da geht's zu. Okay, die machen eh gerne den Schaden auch schwer. Doch, das fährt schon. Ein bisschen, oder? Nicht so viel, dass du gleich ein One-Hit bist. Nein, das nicht. Da ist er. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Vorsicht. Oh, oh. Nicht drin stehen bleiben. Habe ich dich erschreckt? Das ist schlimm, wenn man gerade ein bisschen Zelda gespielt hat mit Wecker und dann das Spiel spielt. Weil man ständig vor jedem Gegner ein Foto machen will. Weil Zelda Wind Wecker, also du kannst vor jedem Gegner ein Foto machen und dann wird in so einer Galerie eine Figur draus gemacht. Aha. Und da willst du natürlich 100% haben, dass du jedes Viech einmal gesehen hast. Also jedes unterschiedliche Viech natürlich. Ja. Ja, ja. Und da denkst du ständig, bevor ich das jetzt hinmach, vor allem von dem Pass. War da nicht schon der Ausgang? Wo? Oben. Ja, dann gehen wir raus. Ich weiß nicht. Aber der Gang da geht nicht wirklich lang. Waren wir da nicht gerade? Das war nix. Also nein, ich war nicht da. Da liegt nur eine Krippen zu mir. Das war nix. Schlecht. Da ist das. Das war nix. Und Tina. Und Verwirrung. Mist, meine Taschen sind voll. Ja, passt. In die Stadt. Zuerst muss ich was wegkennen. Nein, nein, ich war zu spät. Ich konnte das Schwarz-Seite nicht mehr aufgehen. Das ist das Weiße. Viel Spaß mit dem Westen. Eit. Eitem. 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 Eigentlich schlecht. Eitem. 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 Hast du zufällig einen lädierten Topaz? Ich brauche ihn rein für die Sammel. Sofort. Ich schau gleich. Ja, danke. Da wollte ich zwei sicher eine haben. Und schon bringt's auch was, passt? Das bringt mir auch was. Bis einer weg haben und das einer. Was willst du, einen lädierten? Okay. Zack, zack. Danke. Für die Sammlung. Hast du einen makellosen Smaragd? Ja. Den hab ich nämlich nicht. Und ich weiß nicht, ob man den erkennt. Passt. Jetzt fällt mir halt dann bei den Näher an, aber da finde ich vielleicht was. Da hab ich alle. 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 Echt? Hier fällt mir Diamant und Zwaragd, aber scheiß drauf. Wie kriegen wir eh noch? Davon hab ich beide nicht nur einen, also da kann ich dir keinen geben. Ja. Er kann sehen, wie kriegen sie gerade erst. Ja eh. Und wenn wir Markis haben, sollten wir eigentlich... Da kommt sich alles mitnehmen. Ja. Sind wiederverwertbare Teile. Kann man alles verwenden. Ja. Das soll prinzipiell, die habe ich auch eingeführt. Okay. Also, Handwerksmaterial. Hey, wo ging er zurück, gell? Gehen wir lieber weiter, weiter. Na, äh. Wir gehen... zum Ziel hin. Na? Du ziehst einen Pfeu? Ja. Ah, jetzt ziehe ich einen Pfeu. Ja, aber du... Du darfst jetzt nur eine Wand geben vielleicht. Ja, okay. Noch nicht bereit. Zumindest gibt's viele Gegner. Mhm. Mhm. Und eine Türe. Wie, was keine Türe ist. Eine offene Türe. Ich hätte gerne noch das Event gesehen mit dem... Ähm. Ach, ich... Ich... Ich weiß gar nicht was für uns. Mit dem überraschen... Total. Ich glaube, das ist nicht in dem Gebiet. Achso. Es ist erst spät, so. Wie erwartest du den dunklen Zirkel zerschlagen hat? Ey. Hast du das übersprungen? Na. Der redet ja noch. Bei mir nie. Nein. Vielleicht bist du halt weggegangen. Dann hört er nicht drauf zu. Äh, ja. Du bist mit ihm vorgegangen. Ich bin... Nein, er soll... Er soll... Er geht automatisch für mich. Ja. Nein. Um das Event kann ich mich auch nicht zu nehmen. Ja, natürlich. Jetzt ist die Musik richtig cool, Kat. Ja, die Musik ist leiser als Sound-Effekte rundherum. Ja. Die Aussage. Er war halt super. Ich zeig nicht, was ich ist cool. Du sagst, sie ist leiser. Level ab. Wow. Da nur normale Drohnen, aber schön. Alles mitnehmen. Nur blau und weiß. Scheiße. Das stimmt. Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Hey, da waren wir auch noch nicht. Hey, da waren wir auch noch nicht. Hey, da waren wir auch noch nicht. Siehst? Das ist ja doch gelohnt da jetzt. Aber ich glaube, wir müssen dann runter. Ich glaube, wir sind jetzt in die falsche Richtung. Ja. Ist ja falsch. Müssen wir dann, ja. Ja. Da geht's ja weiter. Es wird eh wieder zusammen. Du Todl! Du kannst die auch abdeckieren. Ja, da ist ja ein Portal. Rückkehrportal. Können wir da wieder rein? Keine Ahnung. Versuch. Ja. Du musst das Portal. Okay. War eh eh schon zu Ende. Ich versteh nicht, warum sie nicht einfach die Tür öffnen. Warum sie überrascht und mich zu verderben. Was? Aber bitte mit Überrasch. Was ist denn da hin? Ah, das ist auch noch eine Tür. Ey, da ist eine prächtige Tür draußen. Ja, nehmen wir da. Was ist hier geschehen? Noch mehr Tote? Nein, weniger. Weniger. Ah. Den Adligen. Moment einmal. Ich greife ja gleich drauf. Revolution. Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt. Aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die Stadt wird angegriffen. Warum wollt ihr da euren eigenen König stürzen? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt. Zusammen mit unseren Feinden. Bist du da sicher? Jetzt greifen sie. Jetzt helfen sie uns. Hehehe. So, Quinten. Wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hoch erfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden. Und unsere Streitmacht... Boah. Was legendär ist ein Schwert. Jetzt hab ich doch eine weitere Woche mal. Oder vielleicht packt es dir. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sonst grübel ich dir einfach meine Dings zurück, wenn es dir nicht passt. Und wir aber schon. Und so weiter. Schauen wir mal. Es ist auch durch. Also nix für die... Also auch Dings. Ui! Das bringt mir wirklich was. Dann kriegst du mein Schwert. Dann kriegst du von mir aus meine Dings zurück. Plus 20% Schaden. Wieso? Na ja. Achso. Ja, weiß nicht. Bei mir macht was jetzt andersrum. Dann bist du immer der mit dem Besser. Nein. Es ist aber Plus Intelligenz, gell? Komm schon, dass er das für den Schaden bringt. So. Äh, ja. Aber trotzdem. Hat allein einen Damage von 226 ohne. Das andere hat einen Damage von 224. Wann ich schon nochmal. Das bringt mir im Prinzip hin. Okay. Mit dem ist jetzt nur noch 1% Schadenunterschied. Okay. Dann ist es gescheiter. Dann ist es gescheiter so. Ich bin gerade am überlegen, ob... Was? Hä? Hast du zu viel gern 3 gegen Toppers mit? Toppers mit? Ah, nein. Plötzlich ein Ruklin. Kriegst du dann später zurück. Wolltest du nicht was? Passt. Danke für die Waffen. Passt. Was bist du überlegt? Na, anscheinend habe ich. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wolltest du jetzt zu? Weil bei 1% nochmal da ist. Äh, nein. War ein Amulett plus 4 Schaden und... Minus 6 Dechkeit oder so. Und du musst dich überlegen. Auch wenn ich es dann eine Sekunde später nicht mehr gefunden habe. Das ist ein riesiges Gebiet. Sehr schlimm. Wir haben es beim ersten Mal sogar komplett gefunden. Naja, glaube ich nicht. Weil das da oben war neugierig. Achso, das war neugierig. Ja. Weil da sind wir als erster den falschen Weg lang rein. Und sind dann erst am Schluss den richten. Ja. Das gehe ich eh wieder runter schon. Wieso habe ich einen roten unten? Weil du rot bist. Keine Ahnung, schon. Eine Frage. So, da geht es jetzt wieder hin. Noch nicht. Feil, feil, feil. Besser. So. ijn Run. So. Ich danke euch mal hier. Vielen Dank.